so hallo und herzlich willkommen bei der fahrt einfach in kurzer hose ich glaube wir haben wieder sommer nicht spaß hallo herzlich willkommen bei berlin der aller aller echte berlin aus berlin das war ein bisschen cringe ich fahre jetzt zur uni also ich bin echt spät dran ich muss um 14 uhr in der uni sein habe einen termin mit einem labor mitarbeiter wegen meinem projekt und ich glaube wir haben schon gerade ja wir haben 13 40 ich brauche das wird echt knapp werden muss ich ehrlich sagen ich dachte mal wenn ich schon mal aufs bike steige wir gerade auch acht grad haben dann kann ich ja einfach einen knackigen aber kleinen motorblock aufnehmen muss man auch mal ausnutzen wenn wir so schönes wetter haben also was ist schön für ein dezember ist das schon ordentlich acht grad und mir ist auch überhaupt nicht kalt wenn ich meine thermosachen und sowas anziehe ich hoffe nicht dass es jetzt irgendwie anfängt zu regnen oder zu schneien eigentlich müssten wir jetzt gut auffallen weil wir sind einer der wenigen biker jetzt auf den straßen es gibt gefühlt gar keine biker jetzt auf den straßen weil es halt winter ist also müsste ich direkt auffallen weil ich habe es echt vermisst wieder motorrad zu fahren einen monat nicht gefahren und direkt vermisst ich fühle mich gleich wieder besser so die letzten tage ging es mir eigentlich nicht so gut zu hause kennt ja winter depression man ist einfach so ein bisschen verzweifelt und jetzt geht es mir wieder besser alter geiles gefühl man hallo so filter nummer uno das haben wir natürlich nicht verlernt scheiße den wollte ich noch einholen aber haben wir nicht geschafft so busfahrer abi macht schon auge kusse ich küsse dein herz der erste der auge macht aber er guckt nur mein bike an selbe farbe wie der bus also ich musste natürlich auch ein bisschen warm fahren einfahren weil der lief jetzt einen monat nicht eigentlich müsste ich sogar ein ölwechsel machen bei dem weil es wird echt langsam fällig bin jetzt ich glaube so 7000 oder 6000 kilometer mit dem öl gefahren der ist so stabil und stramm ich habe den seit 21.000 kilometer also jetzt seit 20.000 kilometern und drei jahren und der hat mich bisher nicht im stich gelassen wirklich props geht raus an dieses modell sehr stabiles modell da kann ich wirklich nur gutes drüber quatschen so die lücke nützen wir natürlich aus um zu filtern gar keine frage ist das peinlich gerade direkt grün geworden das habe ich ja nicht erwartet bleib auf deiner spur wirklich bei diesem schmierfilm habe ich echt angst runter zu fallen ist hier viel schmutz und sand auf dem boden ich würde direkt hier auf die fresse fallen wenn ich hier einmal bremsen würde ich will da gar nicht auf dieser spur fahren ist ja nur sand verdammt ich bin mal oggy der schleicher kommen wir filtern mal ich hoffe das ist okay haben wir nicht verlernt dreist zu sein und hoppa sind wir hier auch drinnen und das wäre glaube ich zu dreist hätte ich jetzt den auch noch mitgenommen so der mutter ist auch noch halbwegs warm dann können wir ja im tunnel auch ein bisschen aufmucken würde ich sagen eins in den chat wenn ich aufmucken soll ein livestream auf dem bike wäre auch genau meins ne ich könnte die ganze zeit irgendeine scheiße labern und dann wenn ihr so eins schreiben muss ich dann irgendwas machen wie aufholen oder hupen und so das wäre mega witzig leider viel zu viel aufwand wenn ich mal auf dem bike stream sollte da brauchst du so viel equipment und allein dieses equipment was du brauchst fürs live streaming ja auf dem bike powerbank router dies dass nen internetvertrag der kostet schon mal 1500 euro ok komm wir machen mal ein soundcheck ob ich das vermisst digger ja geil wo ich weiß doch ganz genau er drückt auch aufs gas habt ihr es gesehen damit das sound rauskommt da kommt aber gar nichts raus mein freund da macht mit mir ein sound battle was hupst du mich an hier salami ich wurde gerade angehubt von der dame kennt sie mich wahrscheinlich kennt sie mich schöne grüße an dich wenn du das video siehst übrigens komm wir stellen uns mal direkt in die mitte damit wir auffallen präsent zeigen so ich melde mich später wieder wenn ich hier raus gekommen bin und ja eine ewigkeit später so ich melde mich jetzt zurück direkt aus der toilette mal gucken ob die spülung auch gut funktioniert tun wir mal so als würde mich gerade pinkeln und jetzt gehen wir mal weg durchgefallen der labor mitarbeiter hier in der uni hat mich gerade so genommen ja ich muss so vieles korrigieren aber egal jetzt gehen wir wieder raus und ich habe gerade gesehen dass es richtig regnet ich habe gar keinen bock drauf ja wohl es regnet einfach es regnet oh man es wird so jetzt so eklig rutschig ich bereue es jetzt schon gefahren zu sein ach so ich bin so am arsch alter ach man richtig ekelhaft da müssen wir jetzt durch da wird die karre auch gleich mit gewaschen hier so einfach ekelhaft schwarz liebe leute ist wirklich das schlimmste wetter was einem biker passieren kann muss einfach jetzt nur langsam fahren aber ich kann nicht immer mit dem visier aufmachen dann muss einfach langsam fahren und gucken dass ich mich nicht hin backe ich kann mein visier nicht aufmachen seht ihr seht ihr das also wäre ich jetzt schnell gewesen wäre ich safe in den reingefahren aber wollen wir uns doch nicht beschweren über das leben das kann immer es geht immer schlimmer die beschweren uns dass es regnet andere beschweren sich dass sie kein wasser haben also sollten wir uns eigentlich gar nicht beschweren oder wir beschweren uns einfach viel zu viel ich fahre wie ein wie ein fahranfänger gerade ehrlich einfach vorsichtig fahren langsam vorsichtig so schräg lage kapper jetzt kocht mein bike auch noch jetzt kocht mein bike auch noch das ganze wasser verdunstet da am krümmer und sorry wegen der kamera die ist einfach klitschnass ich glaube ihr werdet einfach nur ein paar tröpfchen auf der cam sehen ich kann es leider nicht vermeiden okay die polizei steht hier mitten im tunnel ich hoffe nichts schlimmes aber warum sollten denn hier mit einem tunnel stehen das verstehe ich jetzt nicht alle ist nicht die polizei das sind so hier gas wasser heizung okay ich verstehe ich verstehe und soundcheck zum schluss zum abschied vermisst habe ich das um ehrlich zu sein vermisst aber nächstes jahr wird geil ich sage euch wie es ist da kommt sehr großes auf euch zu auf dem knatter crew kanal mit knatter maus zusammen so schöne projekte boah das wird echt endlevel aber ich stehe mich jetzt hier vor ich habe keinen bock hier noch mal an der ampel zu stehen komm mein fahrlehrer hat mir damals immer gesagt eigentlich kann nichts passieren bei regen ja man hat einfach nur angst solange deine reifen gut sind kann eigentlich nichts passieren meinte mein fahrlehrer so oh was macht er denn er macht einfach den lifehack oh das tropft der wie sau und meine kamera ist komplett nass ja das war es noch mit dem motorlock das war es dann wohl das ist gut das war es dann schon wieder das war das war es dem das war es nochmal